In der Drevlessen Collection wird zurzeit die Ausstellung The Final Bit des britischen Künstlers Michael Pinsky gezeigt. Und wir haben hier auf unserer Ausstellungsfläche praktisch eine Online-Plattform entstehen lassen. 144 Stühle stehen hier und warten darauf, dass man auf sie bietet. Mit dem Gebot werden sie sich in Bewegung setzen und gemäß der Höhe des Gebotes in Richtung Decke bewegen, sodass im Laufe der Zeit eine Skulptur hier auf der Ausstellungsfläche entsteht. Mein Name ist Michael Pinsky. Ich bin ein britischer Artist. Und ein viel von meinem Arbeit betrifft mit dem Umwelt. In den letzten 15 oder 20 Jahren habe ich sehr spezifisch auf den Klimawandel gesehen. Und die Krise, das jetzt sehr viel über uns ist. Und was wirklich interessiert mich ist die Balance zwischen Recycling und Reuse. Die Grunde warum wir neue Dinge und neue Chairs haben, ist weil wir fashion. Und fashion ist ein Teil unserer Kultur-Expression. Und so in the arena of visual art and exhibitions, this is very much the right place to try and change people's cultural aspirations. mit�� und zure Recher mit